Junge! Hallo Leute! Herzlich willkommen zu Skyblock 2.1 Ja ihr seht ja, ich bin noch hier hier gewesen meiner geilen, schönen Weg also das ist schon ich hab mich zufrieden gemacht, das ist ja scheißegal aber ich bin jetzt in 1.79 und deshalb ist das so jetzt heißt es Schwierigkeit heißt es und jetzt nicht so groß sonst wär das nicht besser ja also ich sag's nur alle jetzt sag ich jetzt für alle dass ich nicht mehr so Skyblock und so mache okay das habe ich schon geplant weiß jetzt nicht wieso ich das nicht mehr mache ganz einfach ich habe alles nur viele Fehler gemacht und muss alles wieder alles neu starten weißt du wisst ihr Leute das ist immer alles neu start und so und nämlich weil ich so keine Lust habe Skyblock zu machen ein bisschen besser glaube ich für Projekt einfach zu starten oder ein Server hier Projekt zu machen sonst wäre das nicht so geil sonst hätte ich keinen Bock gehabt und dann wäre ich raus gewesen aber 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 es fehlt nur eine Sache was mir noch ganz fehlt ist ja ganz klar ich bin noch nicht alles durchbereit ich muss dringend hier was sagen in letzter in letzter Zeit mache ich keine Videos es ist so klar was ich getan habe zwei Wochen zwei Wochen darüber kommen überhaupt nicht Videos und wenn wirklich keine Videos kommt dann ist es mir scheißegal Hauptsache es ist nur so egal denn nämlich wenn es nicht so egal wäre wegen wieso ich nicht durchfahren kann und sowas scheißgemein finde nämlich hier wegen davon heißt jetzt eigentlich Borgstein 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 heißt es ich dachte schon über Plattsteine hm hab ich immer falsch gerichtet über von den normalen Dinger hab ich immer was gehört oder immer noch wie das andere ja also wenn ich irgendwas mit euch tun kann um hier ein Projekt hier noch im Server zu machen dann gibt mir guten äh gib mir wirklich einen guten Kommentar aber keine schlechte Freaks das habe ich schon immer schon erlebt wenn so viele Leute hier machen dann kommen hier rein zack und dann kommen hier so fliegs hier rein die überhaupt keine Ahnung haben wer ich überhaupt bin und das keine Ahnung hab hm also mache ich es noch also ich sag's jetzt nur ungern zu aber wenn's nicht heute was ganz kurz entschuldigt dabei sagen was ich eigentlich nicht wollte 6 holz holz was kommt da raus überhaupt ja so klar nur noch mal Stein ist gut ich brauche das nicht ich ich habe Ich kann eh nicht viel tun, was ich jetzt echt viel halte. Wieso ich das überhaupt Fehler getan habe. Keine Ahnung. Ach, warum denn? Geht nicht, scheiße. Scheiße, einfach nicht. Ich muss sagen. Ich weiß nicht, wieso ich nichts sage. Ich habe es mir immer so gehabt. Wenn ich nicht so viel sage, dann muss ich so Sinn haben. Und wenn nicht, dann schon, dass es klar war es ein. Es kann nur nicht wahr sein, was ich gesagt habe. Und wenn ich so bin, wie ich so bin, wie ich so bin, wie ich so bin, einfach ganz klar. Immerhin habe ich nicht in Backe hier. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. jetzt ja super und jetzt ach du heilige warum hat mir das noch nicht sagt einfach nur abstürzt und ich nichts gewusst habe hier ganz klar das ganze jeder selber abstürzen ich bin zufrieden keine ahnung warum ich habe gar nichts mehr ich habe jetzt nur noch heute spitzer gesucht habe ich doch nichts mehr dann ist endgültig vorbei ich glaube ich habe noch noch heute mache ich die partnerin skyblock dann ist das letzte part heute glaube ich jetzt habe jetzt eigentlich schon dass ich nichts tun werde jetzt jetzt ernsthaft weil ich keine luste skyblock zu mögen ist ein ganz katastrophe ich gemacht habe eigentlich kann ich es nur ins server das hinkriegen aber wieso kann ich sie nicht im weg ich will es nicht noch mal neu starten und ich lust also deshalb ist es ich bin eigentlich 1.4 aber nicht 1.9 jetzt habe ich ein bisschen fehler gemacht ich bin 1.74 obwohl obwohl ich habe doch geklappt ich dachte so dass wir vorbei aber nein der holz kommt doch erst jetzt so können wir jetzt so 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 Ja, ne Apfel! Geil! Ich habe ne Apfel gefunden. Geilo. Jetzt, ähm... Komm ich! Jetzt was. Ich dachte schon, ich hätte gar nichts mehr gehabt. Da wäre das endlich vorbei, aber nein. Das ist nicht. Obwohl ich noch den letzten Part noch heute mache. Ich mache noch heute. Heute ist nicht der letzte Part, sondern glaube ich jetzt heute. Dann mache ich zwei Part Skyblock. Eine Part ist das vorletzte Part und dann der zweite Part ist das letzte Part. Also das muss ich jetzt echt sagen. Skyblock ist nicht mein Ding. mehr finde ich hier... So, PvP. Mehr finde ich hier PvP von Server. Sonst wäre das nicht so geil. Ich hole mich, er ist kein Problem. Ich hole mich einmal hin, Ich hole mich nicht. Ich hole mich nicht. Wenn mich doch jetzt ein bisschen ach vehement ist, ich hoffe, dass ich mich nochires Ich hole mich nicht. So, ich hole mich. Das war's für heute. Gut, ich überlege gerade, ob ich nicht selber eine neue projekte mache und mit euch zusammen mache mit einem projekt zu tun ich habe mir ein projekt schon überlegt hier nämlich hier normal projekt oder so ich habe es eigentlich normal projekt ist nicht so geht nicht so ich glaube kino projekt reicht ja eigentlich kino projekt weil ich kino projekt heißt mit k i l o kino oder wenn er nur micriff kino nur micriff kino projekt das ist besser beste name ist gut ich finde den besten aber gut ich habe es einfach mal kino 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.